Meine sehr geehrten Herren Präsidenten, meine lieben Kolleginnen, liebe Kollegen, Frau Hasselfeld, lieber Volker Kauder, ich freue mich sehr, dass Sie heute zu unserem Wirtschaftsforum 2015 zu uns gekommen sind. Das ist ein Novum für uns, eine Veranstaltung dieser Größenordnung zu machen, aber ich verspreche Ihnen, wir werden es nicht bei einem Mal belassen, denn wir haben vor, uns sehr intensiv mit Ihnen auseinanderzusetzen, aber hauptsächlich mit dem Ziel, dass wir daraus etwas für unseren Standort gestalten. Fast zehn Jahre Regierungszeit Angela Merkel und man kann mit Stolz sagen, das hat sich für Deutschland gelohnt. Denn wir haben eine wirtschaftliche Situation, die so nicht selbstverständlich ist. Ich hatte vor kurzem das große Vergnügen, mit italienischen Senatoren zu sprechen und das Erste, was Sie zu mir gesagt haben, war, dass Sie gerne unsere Probleme hätten. Wir haben eine Allzeithoch bei den Erwerbstätigen mit über 42 Millionen. Wir haben eine Arbeitslosigkeit, die so niedrig nach der Wieder vor allen Dingen noch nie gewesen ist und eins, da bin ich der Wirtschaft ganz besonders dankbar, wir haben vor allen Dingen eine ganz niedrige Jugendarbeitslosigkeit und das ist wirklich sehr positiv und ich weiß, dass viele, viele Unternehmen sich bemüht haben, über all die Jahre da mitzuhelfen. Danke dafür, denn diese niedrige Jugendarbeitslosigkeit, das ist ein positives Zeichen für den Standort Deutschland. Und meine Damen und Herren, schneller als wir es eigentlich erwartet haben, haben wir die berühmte schwarze Null erreicht, einen ausgeglichenen Haushalt. Ich bin dem Bundesfinanzminister, der da immer sehr streng mit uns umgegangen ist, sehr dankbar dafür, dass wir das erreicht haben. Wir sind zum ersten Mal in der Lage, Schulden zurückzuzahlen, wenn es auch nur relativ wenig ist, aber immerhin, das ist der richtige Ansatz und wir sollten auf diesem Weg weitermachen. Das sind aber keine Dinge, die uns automatisch zufallen und die auch automatisch bleiben, im Gegenteil. Wir müssen davon ausgehen, dass wir uns hart bemühen müssen, denn die Welt wartet nicht auf uns, sondern wir werden mit ziemlicher Sicherheit immer intensiver im Wettbewerb sein. Und wir wollen, dass unsere Unternehmen genauso wie Bayern München weiter in der Champions-Lag spielen können. Ist ja gestern wunderbar gelaufen. Ich weiß, dass mein Freund Volker Kauder deswegen heute ausgesprochen gut gelaunt ist. Für Selbstzufriedenheit ist aber zurzeit kein Platz, denn es gibt verdammt genug zu tun und bei uns gibt es auch ein paar Zeichen am Horizont, die ein bisschen negativ zu betrachten sind. In vielen Bereichen ist die Investitionstätigkeit ausgesprochen rückläufig. Darüber müssen wir nachdenken, warum das der Fall ist. Investitionen sind die Arbeitsplätze der Zukunft. Und wenn es uns nicht gelingt, hier besser zu werden, dann läuft was falsch. Und ein weiterer Punkt, der vielleicht auch mit diesem Investitionsattentismus in einigen Bereichen zusammenhängt, ist die Energiewende. Wir haben uns ein ausgesprochen ehrgeiziges Programm vorgenommen. Wir müssen es aber so gestalten, dass wir das berühmte Dreieck hinbekommen. Das Dreieck, was aus Klimaschutz besteht, ja, wollen wir. Auch das 40-Prozent-Ziel wollen wir erreichen. Wir wollen das aber auf der zweiten Seite des Dreiecks mit Preisen erreichen, die die Wirtschaft nicht aus Deutschland vertreiben. Und drittens, muss die Versorgungssicherheit gewährleistet sein. Nein, daran arbeiten wir zurzeit. Das ist alles andere als trivial. Und wir werden noch etliches daran zu tun haben. Und ein drittes Stichwort will ich bringen mit Digitalisierung und Industrie 4.0. Mir macht das schon so ein Stück weit Sorgen, dass sich nun auf einmal amerikanische große Unternehmen, Google und die anderen auch in Richtung Industrie bewegen und versuchen, ihre eigenen industriellen Vorstellungen umzusetzen. Dem müssen wir etwas entgegenhalten. Deswegen war es auch sicherlich richtig, dass die Bundeskanzlerin auf der Hannover Messe in dieser Richtung schon Bemerkungen gemacht hat. Und wir haben eine Reihe von anderen wichtigen Aufgaben. Da ist das berühmte Freihandelsabkommen TTIP. Ich bin der deutschen Wirtschaft ausgesprochen dankbar, dass am Wochenende endlich mal sehr deutlich von einigen CEOs gemacht wurde, dass wir TTIP brauchen. Denn dieser latente Anti-Amerikanismus, der sich da abspielt gegen TTIP, der ist nur sehr schwer erträglich. Und der kann uns auch ganz erhebliche Schwierigkeiten machen. Nämlich schon dann, wenn die Amerikaner zuerst ein Abkommen mit den asiatischen Staaten abschließen. Dann werden die Standards auf uns übertragen. Brauchen wir uns bitte nichts vor. Wenn die Standards einmal gesetzt sind, wird es die nicht in zweifacher Ausführung geben. Deswegen ist es notwendig, dass wir gemeinsam daran arbeiten. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Denn diese Zeit, die werden die Amerikaner nutzen, um andere Abkommen abzuschließen. Und im Welthandel ist derjenige, der am schnellsten ist, auch derjenige, der den meisten Vorteil haben wird. Also, mit anderen Worten, wir als Politik müssen dafür sorgen, dass sie langfristig kalkulierbare, stabile Rahmenbedingungen haben. Da bemühen wir uns drum. Und sie müssen von uns auch verlässliche Zusagen haben. Das muss einklagbar sein. Ich weiß zum Beispiel einen Bereich, der viele Unternehmer, vor allen Dingen Familienunternehmer, in der letzten Zeit sehr beunruhigt. Das ist das Thema Erbschaftssteuer. Das ist aber nicht ein Thema, was wir alleine zu verantworten haben. Sondern da gibt es noch ein Bundesverfassungsgericht. Und das müssen wir von der Lösung, die wir jetzt zu finden haben, überzeugen. Und wir müssen Spielraum für Wettbewerb besorgen. Wir müssen auch dafür sorgen, dass Sie den Wettbewerb machen können, der die günstigsten Preise für unseren Standort sichert. Dauerhaft kann uns das nur gelingen, wenn wir den ordnungspolitischen Pfad nicht allzu häufig verlassen. Und ich bin der Wirtschaft ausgesprochen dankbar, dass sie uns in vieler Hinsicht geholfen hat. Und besonders Ihnen, Herr Krillow, die Bemerkungen, die Sie beispielsweise bei den Sanktionen zu Russland gemacht haben, die waren ausgesprochen hilfreich. Und Sie waren nicht selbstverständlich für die Wirtschaft, denn dass das der Wirtschaft nicht einfach gefallen ist, das braucht man, glaube ich, nicht zu diskutieren. Und deswegen bin ich dafür dankbar, dass die Wirtschaft da so mitgemacht hat. Und auch bei der Energiewende konnten wir mit Ihnen auf einer vernünftigen Basis diskutieren. Wir haben die Ziele, wir wollen sie erreichen, aber wir bitten Sie auch daran mitzuwirken, dass wir es in die richtige Richtung bekommen. Sie können davon ausgehen, dass die CDU-CSU-Fraktion sich die soziale Marktwirtschaft nicht wegnehmen lässt und als Hüterin in Selbiger weitermachen wird. Das ist unser Ziel. Deswegen haben wir diese heutige Tagung vorbereitet. Deswegen sind wir Ihnen sehr dankbar, dass Sie heute so zahlreich zu uns gekommen sind. Und ich freue mich nun auf die Podiumsdiskussion, die von Frau Samrotski geleitet wird. Viel Vergnügen dabei. Vielen Dank, Herr Fuchs. Ich glaube, den einen oder anderen Impuls werden wir hier gleich in einem wahrhaft präsidialen Podium aufgreifen. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Wenn ich mich so umschaue, dann wage ich die Behauptung, dass in diesem Raum heute noch ein Hauch mehr Wirtschaftskompetenz vorhanden ist als sonst schon üblich. Zumindest gibt es heute weitaus mehr Praktiker. Denn Sie alle, meine Damen und Herren, verkörpern den Wirtschaftsstandort Deutschland in seiner Vielfalt. Stellvertretend für Sie werden uns gleich die Präsidenten vierer maßgeblicher Verbände die Erwartungen der Wirtschaft an die Politik skizzieren. Alle vier Präsidenten sind zugleich Praktiker. Als Geschäftsführer und Vorstände von Familienunternehmen wissen auch unsere Diskutanten aus eigener Erfahrung, was Arbeitgebern auf den Nägeln brennt. Ich habe jetzt die etwas groteske Situation, dass ich Ihnen ein Quartett vorstelle, das Ihnen allen sehr wohl bekannt ist. Aber ich mache es trotzdem. Sie werden vielleicht ahnen, welcher unserer Gäste in Malaysia geboren wurde und als Student für den elterlichen Betrieb in Berlin auf der Suche nach neuer Kundschaft Klinken putzen musste. Herzlich willkommen dem Vorstandsvorsitzenden der Alba Group, Erik Schweitzer. Ein herzliches Willkommen auch dem Honorarkonsul der Republik Haiti im Land Bremen. Ich schaue da jetzt extra nicht hin. Der als Jugendlicher einem benachbarten Förster den Garten gepflegt hat. Für eine Mark die Stunde. Als oberster Arbeitgeber zahlt er andere Löhne. Ingo Kramer, geschäftsführender Gesellschafter der Firmengruppe Johann Heinrich Kramer. Schön, dass Sie da sind. Willkommen auch einem Mann, der sein handwerkliches Geschick schon als Student unter Beweis gestellt hat. In der firmeneigenen Schreinerei hat er einen Schrank fabriziert, inklusive Bar, Beleuchtung und Schreibtisch. Obwohl ihm genau diese Reihenfolge wichtig war. Erst die Bar und ganz zum Schluss der Schreibtisch. Hat er es zu was gebracht? Herzlich willkommen dem Vorstandsvorsitzenden der Grillo-Werke, Ulrich Grillo. Und Sie alle kennen auch den Mann, der eigentlich Architektur studieren wollte. Dann aber doch den elterlichen Betrieb übernahm und nach eigenen Angaben selbst aus Steinen, die ihm im Weg liegen, schöne Dinge bauen kann. Herzlich willkommen dem Inhaber der Wollseifer Facilities und Bauservices, Hans-Peter Wollseifer. Da haben wir also vier Familienunternehmer, denen eine niederbayerische Volkswirtschafterin und ein badischer Volljurist Rede und Antwort stehen. Aber auch unsere beiden Gastgeber haben eine Menge Wirtschaftserfahrung. Volker Kauder als Bierkutscher und Gerda Hasselfeld als Kellnerin im elterlichen Gasthaus. Herzlichen Dank für die Einladung, Gerda Hasselfeld und Volker Kauder. Über Erwartungen an die Wirtschaftspolitik, so ist ja das Thema heute, könnten Sie alle weitaus länger reden als die 60 Minuten, die wir haben. Allerdings, meine Damen und Herren, ist das heute nur der Auftakt einer ganzen Gesprächsreihe der Unionsfraktion. Und so werden wir heute nicht wirklich gründeln können. Wir werden uns nur einem Überblick widmen, der etwa zehn Themen, die die Präsidenten als die wichtigsten benannt haben. Und im Laufe der Gesprächsreihe, das geht noch bis Ende des Jahres, Herr Kauder, werden die dann einzeln vertieft, also heute immer nur kurz angerissen. Deshalb wundern Sie sich nicht, wenn ich vielleicht manchmal streng auf die Uhr gucke. Und also zehn Herausforderungen in 60 Minuten. Ehrgeizig ist das, deshalb fangen wir auch gleich an. Mit der Fachkräftesicherung als erstes großes Thema. Herr Schweitzer, der Fraktionsvorsitzende einer großen Volkspartei hat gesagt, wer es nicht im Boden hat, muss es in der Birne haben. Welche Rolle spielt die Bildung bei der Fachkräftesicherung und wie können Wirtschaft und Politik da Hand in Hand gehen? Wir werden als Deutschland dafür bewundert, dass wir die duale Ausbildung haben. Das führt dazu, dass wir die geringste Jugendarbeitslosigkeit in Europa haben. Was uns zurzeit schwer zu schaffen macht, ist, dass wir alleine im IHK-Bereich dieses Jahr 80.000 Ausbildungsplätze unbesetzt sind. Und wenn man sich überlegt, wie man das lösen kann oder woran liegt es, haben wir inzwischen die Zahl der Studienanfänger, hat sich um 150.000 zu lasten, die duale Berufsausbildung haben, verschoben. Und die, die ein Bachelor anfangen, brechen ist in 30% der Fälle wieder ab. Wie kann man helfen? Wir haben ja gemeinsam als Wirtschaft die Allianz für Weiterbildung mit der Bundesregierung und mit den Gewerkschaften. Und ich glaube, das sind neben vielen Hebeln zwei Wesentliche. Das eine ist die sogenannte assistierte Ausbildung im unteren Bereich, also im lernschwächeren Bereich. Und der zweite Punkt ist, dass wir es schaffen, dass weniger ihr Studium abbrechen. Das heißt, dass wir vom Grunde, glaube ich, sogar es schaffen, über eine Berufsorientierung an den Gymnasien zu erreichen, auch dort zu werben für die duale Ausbildung und nicht für das Studium, für diejenigen, die es dann mit hoher Wahrscheinlichkeit abbrechen. Herr Schweitzer, Sie haben letztlich die Akademikerschwemme so angerissen und Sie haben auch schon die Gymnasien erwählt, Frau Hasselfeld. Da spielt ja auch viel eine Rolle, dass sowohl die Eltern als auch die Schüler Angst haben und meinen, ohne Abi geht gar nichts und ohne Studium auch nicht. Ist das nicht dann auch eine politische Aufgabe, dass die berufliche Bildung anders gesehen wird, als sie zurzeit vielleicht gewürdigt wird? Ich glaube schon, dass es eine Frage der gesamten gesellschaftlichen Wertschätzung ist. Bei allen Gesprächen, die ich führe, auch im Ausland, wird mir immer wieder deutlich, dass die duale Ausbildung, so wie wir sie haben, letztlich der Exportschlager schlechthin ist. Und nicht zuletzt deshalb wird das ja auch in vielen anderen Ländern mittlerweile versucht, ein bisschen zu imitieren. Bei uns muss man vielleicht in der Gesellschaft noch viel mehr verankern, dass das Leben nicht erst mit dem Abitur und schon gar nicht erst mit dem Studium beginnt. Und wir sollten auch mehr darüber reden, über praktische Beispiele. Ich habe das selber ja in meiner Familie, dass man mit einer praktischen Ausbildung, mit einer dualen Ausbildung, egal in welchem Sektor, genauso erfolgreich tätig sein kann, wie nach einem Studium, auch übrigens im finanziellen Bereich. Und das Wichtigste ist aber immer für einen Menschen, finde ich, dass er die Talente, die er hat, dass er die auch richtig einsetzen kann. Und es gibt es halt Gott sei Dank noch eine ganze Reihe von Frauen und Männern, von Mädchen und Jungen, die technisch begabt sind, die praktisch begabt sind, denen das Theoretische nicht so sehr liegt. Und auch dieses muss zum Ausdruck gebracht werden. Wir sind dabei, politisch dieses zu begleiten. Mit Gesetzen alleine kann man es aber nicht machen. Wir sollten vielleicht auch mal darüber nachdenken, ob wir so manches an Fortbildung im praktischen Bereich auch vielleicht ein bisschen besser noch fördern können, auch finanziell fördern können, beispielsweise bei BAFEC und Prüfungsgebühren und dergleichen. Aber im Grunde genommen geht es mehr um die gesellschaftliche Wertschätzung der dualen Ausbildung, der praktischen Ausbildung, so wie wir auch die gesellschaftliche Wertschätzung bei den Akademikern haben. Herr Wollseifer, in diesem Saal wird immer ganz oft von Dreiklang gesprochen. Und Ihr Haus hat neulich auch einen Dreiklang formuliert, um dem Fachkräftemangel Herr zu werden, nämlich Beschäftigung Älterer, Stärkung duale Bildung, darüber haben wir gerade gesprochen, aber auch der Punkt gesellschaftliche Verantwortung. Was verbirgt sich dahinter? Ja, zunächst mal 40 Prozent unserer Betriebe im Handwerk haben Probleme mit der Nachbesetzung von Stellen, von qualifizierten Facharbeitern. Das ist ein Fakt und auch unsere Ausbildungsbereitschaft ist sehr hoch in der Wirtschaft. Herr Schweitzer sagte das eben schon, 80.000 unbesetzte Plätze bei Industrie und Handel, 20.000 bei uns. Also man könnte denken, wir haben ein Attraktivitätsproblem. Aber ich glaube, es stimmt das, was Frau Hasselfeld gerade gesagt hat, dass wir, glaube ich, auch in der beruflichen Bildung eine ganze Menge vorzuweisen haben. Wir können sehr gute Karrieremöglichkeiten offerieren und von daher denke ich, ist das unsere gesamtgesellschaftliche Aufgabe, in diese Richtung zu gehen und das auch zu vermitteln nach außen hin. Und wir haben ein gutes Angebot. Wir streben eine Gesamtinitiative höhere Berufsbildung an. Was sich dahinter verbirgt, ist ein ganzes Paket an Maßnahmen, das wir zusammen initiieren wollen, auch mit der Bundesbildungsministerin, der ich dafür auch sehr dankbar bin, dass sie das unterstützt. Dahinter versteckt sich zum Beispiel die Lehre mit Matura in Österreich, in der Schweiz. Wir nennen es Abitur Plus hier in Deutschland. Da steht die Lehre im Vordergrund und ein Abitur. Wir können also bildungsstarken, jungen Leuten auch eine Bildungsalternative, eine interessante Bildungsalternative bieten damit. Es steckt dahinter, dass wir Studienabbrecher fördern und denen Angebote unterbreiten. Und es steckt auch dahinter, dass wir die Berufsorientierung breit ziehen. Aber die sprechen die gesellschaftliche Verantwortung an. Wir haben eine Berliner Erklärung, Industrie und Handel und Handwerk, vor einigen Wochen abgesetzt. Und wir haben die hohe Willkommenskultur der Wirtschaft darin gekennzeichnet und dokumentiert. Wir denken, wir brauchen qualifizierte Zuwanderung. Und die Flüchtlinge, die jetzt zu uns kommen, da glauben wir, dass wir die beschäftigen müssen. Weil das sind die Flüchtlinge, die auch mit über 90 Prozent eine Anerkennung bekommen und hierbleiben dürfen, also das Asylrecht bekommen. Und da müssen wir dafür sorgen, dass wir gute Rahmensetzungen haben, Sprache denen vermitteln und diese jungen Leute dann auch ausbilden und beschäftigen, damit sie in unsere Sozialsysteme einbezahlen und nicht davon leben müssen. Also wenn Sie diesen Slung prägen, bei uns zählt nicht, wo man herkommt, sondern wo man hin will, dann ist das gar nicht so, um sich eine weiße Weste anzuziehen, sondern es hat durchaus auch ein eigenes Interesse. Sie brauchen diese Fachkräfte, Sie brauchen die Zuwanderung. Natürlich ist das auch eine kleine Facette der Fachkräftesicherung. Wir bemühen uns um alle, verschiedene Aspekte wurden ja schon deutlich, in unserer Gesellschaft, wir bemühen uns auch um die Migranten, die einen sehr hohen Teil dieser Gesellschaft schon ausmachen. Schauen Sie bei den unter 25-Jährigen in Berlin, in Köln, wo ich herkomme, da ist der Anteil der Migranten bei über 50 Prozent. Das heißt, die sind Teil unserer Gesellschaft. Und um die bemühen wir uns, denen bringen wir berufliche Bildung nahe, mit vielen Aktionen, mit vielen Initiativen. Aber wir müssen uns natürlich auch um die bemühen, die in unser Land kommen und mit hoher Wahrscheinlichkeit bleiben dürfen. Ich meine nicht die, die aus sicheren Staaten kommen und von diesem Sozialsystem, so wie wir es haben, profitieren wollen, sondern die, die wirklich bei uns bleiben, die müssen wir integrieren. Dazu sind wir in der Wirtschaft bereit. Aber da würde ich gerne noch mal fragen, Frau Hasselfeld, Herr Kau, oder Zuwanderung, hat Herr Wollseifer angesprochen, brauchen wir? Brauchen wir denn auch ein Zuwanderungsgesetz? Frau Hasselfeld? Ich persönlich glaube, dass wir die rechtlichen Regelungen ausreichend haben und auch gute rechtliche Regelungen haben. dass diese manchmal nur ein bisschen unübersichtlich sind, dass sie vor allem im Ausland noch nicht so bekannt sind und dass sie vor allem deshalb gut sind, weil sie ansetzen an einem konkreten Arbeitsplatz- oder Ausbildungsplatzangebot und nicht an irgendwelchen objektiven Punkten, wie das in Kanada beispielsweise der Fall ist. Im Übrigen kommen 75 Prozent derjenigen, die bei uns mit ausländischen Wurzeln arbeiten, aus den EU-Ländern. Das heißt, da brauchen wir gar keine anderen rechtlichen Grundlagen. Da haben wir volle Freizügigkeit. Es geht um diejenigen, die von anderen Ländern kommen. Und da haben wir ein Problem mit den unbegleiteten Jugendlichen aus den Asylbewerbern. Aber da gibt es auch Möglichkeiten, dass die Länder die entsprechenden Arbeits- und Ausbildungserlaubnisse erteilen. Vielen Dank. Herr Kauder, Sie wollen auch noch was loswerden. Ich wollte nur einen Satz sagen, ganz knapp. Ich halte gar nichts davon, mit Schlagworten, Begriffen, Ideologien an so ein Thema heranzugehen. Die Frage muss doch schlicht und ergreifend sein. Was brauchen wir? Was muss passieren? Reichen unsere Instrumente? Wenn nicht, müssen wir ein bisschen nachlegen. Und da brauche ich nicht eine große ideologische Diskussion über ein Einwanderungsgesetz führen. Ich sage Ihnen mal ein Beispiel. Es ist ein absolutes Unding, dass wir unter den Asylbewerbern hochqualifiziert ausgebildete syrische Ärzte haben. Und weil wir keine Bundeskompetenz haben für die Anerkennung, muss in 16 Ländern da eine Struktur aufgebaut werden, um zu prüfen, ob die das können. Das ist doch ein Quatsch. Da brauche ich kein Anwanderungsgesetz, sondern da brauche ich eine kleine Taskforce, die zusammengestellt werden muss, die das macht. Und dann können die Leute im Krankenhaus arbeiten. So muss es laufen. Instrumente prüfen, fragen, was wollen wir, was brauchen wir dafür, reicht es aus, was wir haben. Und wenn es nicht hat, machen wir es. Punkt. Es wäre schön, da noch eine Stunde zu verharren bei diesem Thema. Aber ich habe es gesagt, wir können alles nur anreißen. Deshalb jetzt ein kräftiger Sprung. Ich greife auf die 16 Länder, die Herr Kauder angesprochen hat. Und vor allem das Wort unübersichtlich von Frau Hasselfeld und transferiere das jetzt in anderen Zusammenhang, nämlich in Bürokratie, Herr Kramer. Die macht Ihnen zu schaffen. Immer wieder klagt die Wirtschaft über umfangreiche Dokumentationspflichten, wenn sich Politiker ein schönes neues Gesetz ausdenken. Und deshalb fordert die BDA jetzt ein Belastungsmoratorium. Worunter ächzen Sie denn so? Unter all den Punkten, die Sie gerade genannt haben. Dankenswerterweise ist ja nun ein Gesetz im Entstehen, im Umsetzen, das One-in-One-out sozusagen Volksmund heißt. Sie haben ja wahrgenommen, dass die Bürokratie scheinbar für viele Unternehmen, Handwerksbetriebe, Einzelhändler, für wen auch immer, eine zunehmende Aufgabe beinhaltet, die eigentlich nichts mit ihrem eigentlichen Geschäft zu tun hat. Also dieses Gesetz ist ein erster Schritt für ein Belastungsmoratorium, so wie wir es uns gewünscht haben. Ansonsten muss einem einfach klar sein, jedes Gesetz, das der Bundestag, der Bundesrat verabschiedet, das mit irgendwelchen, wie auch immer gearteten Kontrollmechanismen verbunden ist, jedes dieser Gesetze bringt massiven Aufwand in die Unternehmen unterschiedlicher Art, aber einen Aufwand, den sie an dieser Stelle bisher nicht hatten. Und jedes Gesetz an sich ist vielleicht eine Kleinigkeit, dann heißt es ja, aber wo ist das Problem? Die müssen doch ihre Arbeitszeit so aufschreiben, das kann ich mir gar nicht vorstellen, die sind zu blöd dazu oder zu faul. Jeder Punkt an sich im Einzelnen mag vielleicht ein kleines Problem sein. Die Fülle der gesetzgeberischen Maßnahmen führt allerdings dazu, dass neben dem Frust, der in den Unternehmen entsteht, natürlich auch eine Verwaltung zunimmt, die nichts mehr mit dem eigenen Geschäft zu tun hat. Wir haben hier eine Entwicklung, die pauschal die gesamte Breite bei Gesetzen versucht, einer Kontrolle zu unterziehen, was wir ansonsten in unseren Gesetzesgebungsverfahren nicht haben. Im Normalfall ist es so, dass der Verdachtsfall einer besonderen Kontrolle unterliegt, aber nicht jeder Einzelfall. Und wenn Sie das Thema Mindestlohn nehmen, auf das Sie ja wahrscheinlich angespielt haben eben, und die Bundesministerin, die Zuständige, erklärt, nur ein Prozent ist vielleicht nicht so ganz korrekt im Umgang mit dieser Angelegenheit, aber um die 99 anderen Prozent zu schützen, müssen wir diese Kontrollen durchführen. Ich sage Ihnen im Namen dieser 99 Prozent anderen, lasst uns davon in Frieden. Wir brauchen das nicht und das ist für uns das Wichtigste. Ist der Mindestlohn das aktuelle Thema, was ihn am meisten zu schaffen macht? Nö, aber ein besonderes Plastisches. Daran wird schnell deutlich, was es gemeint ist. Es machen uns viele andere Gesetze in der Fülle natürlich auch zu schaffen. Der Mindestlohn alleine, das muss man immer wieder öffentlich erklären, weil dann sonst auch falsch zitiert wird, ist ja nicht der Untergang der Volkswirtschaft. Der Mindestlohn wird in einigen Branchen, in einigen Regionen besondere Probleme verursachen. Aber die Firmen, die damit aus diesen neuen Branchen kommen, die damit konkret belastet werden, die werden eben alle damit belastet, anstatt die Schadensfälle, anstatt die Fälle, wo es Missbrauch gibt, sich anzugucken, sozusagen dem Verdacht nachzugehen, werden alle pauschal unter Generalverdacht gestellt und das ist nicht in Ordnung. An der Stelle muss ich auch mich vor die Mitarbeiter, vor die Unternehmen stellen, die vielleicht gar nicht zu meiner metallverarbeitenden Branche gehören, aber die eben in einer Form und Art und Weise belastet werden und unter einen Verdacht gestellt werden, der nicht mehr zumutbar ist. Herr Wollseifer hat aus seinem Bereich da beräte Instrumente, beräte Beispiele, wenn bewaffnete Zöllner beim Bäcker im Laden stehen. Also da gibt es Dinge, das geht einfach nicht. Und das kann man einfach lösen, indem man sich um die Fälle kümmert, wo Probleme virulent geworden sind, wo es Verdachtsfälle gibt, die dokumentiert sind. Da geht man hinterher, so wie beim Verkehrssünder auch und alle anderen lässt man in Ruhe ihre Arbeit machen. Ich will noch einmal nachfragen, Herr Kramer. Sie haben gerade selber diese One-In-One-Out-Regelung angesprochen, soll im Juli in Kraft treten. Glauben Sie daran? Nicht, dass das in Kraft tritt, aber dass es funktioniert? Also wenn der Gesetzgeber sagt, ich verabschiede ein Gesetz, dann glaube ich selbstverständlich daran. Nein, das glaube ich auch, aber ich glaube nicht, dass es funktioniert. Oder ich zweifle es an, Herr Kauder. Kann man das so einfach machen, den Amtsschimmel bremsen mit neuer Regelung, dann schmeißen wir drei andere raus? Also wenn ich davon nicht überzeugt wäre, hätte ich es ja nicht im Deutschen Bundestag gefordert. Das ist ja aufgrund meiner Forderung mit dem Satz, irgendwann mal reicht es, jetzt ist gut. Habe ich damals im Bundestag gerufen, habe gesagt, dass wir jetzt so ein Gesetz machen müssen, jetzt haben wir das. Und da werden jetzt sehr bald, wir haben ja noch den Koalitionsvertrag noch nicht ganz abgearbeitet, die einen bedauern das, die anderen sagen schade, aber da werden wir dann sehen, dass wir das auch hinkriegen. Und da kann ich nur sagen, es gibt Ministerien, die neue Gesetzesvorhaben haben, die sagen, da seien sie nicht betroffen, weil das, was in der Koalitionsvereinbarung steht, sei davon nicht berührt. Da kann ich nur sagen, Quatsch mit Soße. Wenn das Gesetz gilt, gilt es für alle Vorhaben, die neu durch den Bundestag gehen. Es gibt noch ein Gesetz, Herr Kramer, das Sie vielleicht hoffnungsvorstrimmend, weil Sie haben sich ja jetzt als Optimist geoutet und als jemand, der Vertrauen hat, das Tarifeinheitsgesetz. Ist dann alles schön? Das hatten Sie ja auch schon länger angeregt, mit Blick auf den Streik der GDL, vielleicht auch ein aktuelles Thema. Also ein Unternehmer ist immer Optimist, sonst wäre er wahrscheinlich kein Unternehmer. Und das gilt auch für Gesetzgebungsverfahren. Also dieses Gesetz zur Tarifeinheit ist jetzt auf einem Weg und ich würde auch sagen, auf einem guten Weg und ich habe volles Vertrauen, dass das auch die Parlamente entsprechend durchschreiten wird. Es wird, denke ich, nicht alle Probleme lösen, die damit zu tun haben. Heute konnte ich nicht mit dem Zug hierher kommen. Es war mühselig, anders hierher zu kommen. Es hat auch länger gedauert. Also es wird nicht jedes Problem lösen, aber es wird eines erreichen. Im ersten Schritt wird deutlich werden, die Volksvertreter sind nicht bereit, ein Prinzip der Selbstverwaltung so weit perpetuieren zu lassen, dass es sich gegen das eigentliche Ziel, nämlich gegen die Vertretung der Arbeitnehmer im Endeffekt auswirkt. An dieser Stelle geht es doch ausschließlich darum, unterschiedliche Gewerkschaften nicht mehr in Konkurrenz zueinander treten zu lassen, sondern das Unternehmen in einer planbaren Weise mit den Gewerkschaften, die zuständig sind, zu einem Ergebnis kommen zu lassen. Und diese Grundhaltung wird erstmals deutlich durch dieses Gesetz. Das ist bereits ein großer Fortschritt und wenn sich dann in der Zukunft abzeichnen wird, dass an der einen oder anderen Stelle nachjustiert werden muss, dann muss das möglicherweise gemacht werden. Das gilt aber für alle anderen Gesetze auch. Entscheidend ist, dass endlich begonnen wird, nachdem im Jahre 2010 aus mir noch nicht ganz nachvollziehbaren Gründen das Bundesarbeitsgericht eine Entscheidung anders gefällt hat als 60 Jahre vorher. Und wir wollen eigentlich nichts anderes, als dass der Zustand, der 60 Jahre sehr erfolgreich in Deutschland gegolten hat, auch wieder für die Zukunft gilt. Ich finde, es ist gut, dass die Bundestagsfraktionen sich auf diesen Weg begeben haben und sowohl mein Kollege vom DGB als auch ich, also beide Institutionen tragen das mit. Es müsste doch mit dem Däubel zugehen, wenn man das nicht auch hinkriegt. Vielen Dank, Herr Kramer. Herr Grillo, Sie haben sich ein besonders wichtiges Thema ausgesucht, finde ich, Investition, Infrastruktur. DIW-Chef Fratscher, der ist ja gerade in aller Munde, beklagt eine Investitionslücke von rund 90 Milliarden Euro. Finanzminister Schäuble hingegen bezweifelt, dass es diese Lücke tatsächlich gibt. Ist denn jetzt die deutsche Wirtschaft investitionsmüde oder ist sie es nicht? Naja, wir müssen unterscheiden zwischen öffentlichen Investitionen und privaten Investitionen. Aber als Unternehmer sage ich, wenn ich dauerhaft mehr konsumiere, als investiere, wenn ich also dauerhaft weniger investiere, als ich abschreibe, dann verzehre ich meine Substanz und dann kann ich meinen Laden irgendwann zumachen. Dann riskiere ich die Zukunft. Genauso verhält es sich mit dem Land Deutschland. Ob es nun 4 Milliarden, 7 Milliarden pro Jahr sind, wir haben eine riesen Investitionslücke und dann 90 Milliarden insgesamt. Wenn wir sie nicht schleunig schließen, dann riskieren wir die Zukunftsfähigkeit des Landes. Uns geht es zumindest gut, wir haben Wachstum von 2 Prozent, wir haben eine Rekordbeschäftigung, wir haben niedrige Zinsen, alles geliehene Zeit. Wenn wir es jetzt nicht schaffen, an die Zukunft zu denken, Herrhausen hat mal gesagt, die größten Fehler werden gemacht, wenn es einem gut geht. Das ist in Unternehmen so, das kennen viele Unternehmer, das ist aber genauso vielleicht in der Politik. Sprich, wir müssen jetzt investieren, wir müssen Geld in die Hand nehmen. Es sind 15 Milliarden für drei Jahre locker gemacht worden, wie man so einfach sagen kann. Für Infrastrukturinvestitionen, das ist gut, das begrüßen wir, es braucht sehr viel mehr Verkehrsinfrastruktur, aber auch natürlich Investitionen in die Netze. Wir reden viel über Breitband, über Digitalisierung, wir brauchen Breitbandnetze insgesamt. Und wenn diese Vorleistungsinvestitionen da sind, wenn der Standort Deutschland eine vernünftige Infrastruktur hat, dann werden auch die privaten Investitionen wieder nachkommen, dann werden auch die privaten investieren, die Unternehmen investieren. Die investieren sogar mehr als vorher, nur leider nicht in Deutschland. Wenn man die Zahlen sieht, was wir, was die Unternehmen im Ausland investieren, und nicht, weil es da schöner ist, oder weil die Währungsvereine, sondern weil die Rahmenbedingungen hier nicht stimmen. Und da müssen wir viel tun. Wir kommen gleich nochmal zum Thema Energiewende. Das ist natürlich eine wesentliche Rahmenbedingung. Wir sind gewillt zu investieren, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Und jetzt haben wir genug, die Steuernahmen sprudeln. Grundsätzlich geht es uns im Moment gut. Dieses Geld muss investiert werden und nicht weiter verkonsumiert werden. Frau Hasselfeld, der Bund hat Anfang März Eckpunkte benannt für eine Investitionsinitiative. Was sind da für Sie die wesentlichen Themen? Es ist mittlerweile nicht mehr nur bei den Eckpunkten geblieben, sondern wir haben gerade in dieser Woche ja auch schon die Umsetzung des 10-Milliarden-Investitionspakets, das gerade angesprochen wurde. Das heißt, in den Jahren 16 bis 18 stehen zusätzlich 10 Milliarden öffentliche Mittel für Infrastrukturinvestitionen zur Verfügung. Der größte Teil ist im Bereich Verkehrsinfrastruktur und Breitbandinfrastruktur, dort, wo auch der größte Nachholbedarf ist. Und wir haben im Übrigen auch auf den Weg gebracht in dieser Woche eine bessere Unterstützung, eine noch bessere Unterstützung der Kommunen. Wir wissen, dass im öffentlichen Bereich gerade die Kommunen einen Großteil der öffentlichen Investitionen vornehmen und deshalb nochmal eine Stärkung der Investitionsmöglichkeit bei den Kommunen. Und im Übrigen, glaube ich, gehört zur ganzen Wahrheit auch, dass der Investitionsbegriff nicht nur die Infrastrukturinvestitionen und die Investitionen in Stein und Beton umfasst, sondern ich möchte in ein bisschen breiter fassen, noch die Bildungsinvestitionen und die Forschungsinvestitionen mit einzubeziehen. Wenn wir von Zukunftsfähigkeit unseres Landes sprechen, dann dürfen die Investitionen in die Köpfe, in die Bildung und Forschung und Innovation nicht fehlen. Und da haben wir zwischen 2005 und jetzt den Ansatz des Bundes immerhin fast verdoppelt. Und da müssen wir auch meines Erachtens weitermachen und das ist auch die Absicht, hier weiterzumachen. Ich würde mir nur wünschen, dass das auch bei den Ländern ankommt, denn das, was wir bei der Entlastung der Länder, zum Beispiel mit der Übernahme des BAföG gemacht haben, das ist nicht bei allen Ländern die Konsequenz, dass diese frei werdenden Mittel in den Ländern auch für Bildung und Forschung eingesetzt werden. Das ist zwingend notwendig. Herr Schweitzer, Sie sind im Investitionsbeirat des Wirtschaftsministeriums, deshalb wüsste ich noch mal gerne, da wurde ja gesagt, die Politik muss jetzt den Schalter umlegen und Investitionen in den Mittelpunkt ihrer Arbeit stellen. Das, was Frau Hasselfeld gerade skizziert hat, zum Beispiel diese Eckpunkte. Ist das das, was Sie meinen? Reicht Ihnen das aus? Vielleicht noch mal. Wir haben diese Investitionsstücke von 80 oder 90 Milliarden. Wie Herr Grillo sagte, wir haben 20 Milliarden in der öffentlichen Hand. Das sind diejenigen, wo wir unterhalb der Abschreibung investieren. Das heißt, das können Sie anfassen, in der Infrastruktur in Deutschland, das sieht man an den Straßen, das sieht man an den Schulen in unterschiedlichen Regionen, wo unterinvestiert ist. Dafür gibt es sehr dezidierte Vorschläge. Die zweiten sind die 60 Milliarden in der Privatwirtschaft. Da ist der Punkt ergänzend zu dem, was Ulrich Grillo gesagt hat. Wir haben in Deutschland das Problem, unter anderem auch im steuerlichen Bereich, dass sie zum Beispiel das Thema, das hört sich kompliziert an oder einfach an oder klein an, ist aber groß, ist das Thema geringwertige Wirtschaftsgüter. Sie können geringwertige Wirtschaftsgüter bis zu 410 Euro sofort abschreiben. Diese 410 Euro sind ein Wert, der auf einem wahren Wert ermittelt wurde, aus einem Jahr, was mir sehr bekannt ist, nämlich aus dem Jahre 1965, dieses Jahr 50 Jahre her. So, da 410 Euro, wenn Sie alleine das hochregen, müssten jetzt 1.000 Euro sein, dann würden Sie deutlich mehr Investitionen kriegen. Das zweite ist die degressive Abschreibung. Das heißt, wir werden am Ende des Tages nicht darum herumkommen, auch im steuerlichen Bereich etwas zu tun, was im Übrigen nicht, ausdrücklich nicht die schwarze Null infrage stellen soll, weil das ist eine großartige Leistung, das erreicht zu haben, kann aber auch nicht als Totschlagargument gelten, zu sagen, sinnvolle Dinge zu unterlassen, die dafür notwendig sind, dass privat mehr investiert wird. Herr Grillo, die Investitionsschwäche, die es ja nun nach Ihren Worten offenbar doch gibt, die ist vor allem bei energieintensiven und bei jungen Unternehmern sehr präsent. Das führt uns doch vielleicht zum nächsten Thema Energie. Hängt das eine womöglich mit dem anderen zusammen, dass gerade die energieintensiven Unternehmen jetzt ein Problem haben? Wie viel Zeit haben wir? Der Dr. Fuchs hat vorhin gesagt, wir haben dieses Dreieck, ich sage es mal kurz, sicher, sauber, bezahlbar. Wir müssen unglaublich aufpassen, dass daraus nicht ein Bemuda-Dreieck entsteht, wo die Industrie in der Mitte versinkt. Lassen Sie mich mit dem Thema sauber anfangen. Wir haben uns ein 40-Prozent-Reduktionsziel gesetzt, das wollen wir erreichen, das müssen wir erreichen. Ich will jetzt nicht diskutieren, ob es sinnvoll ist, dass wir uns eigene Ziele setzen und in Europa oder woanders andere Ziele setzen. Das ist auch eine lange Geschichte. Das muss erreicht werden, irgendwie. Das Thema sicher ist ein Riesenthema, solange wir keine Energie speichern können und das ist auf aufsehbare Zeit nicht der Fall, zumindest im großen Maßstab, müssen wir neben der erneuerbaren Energienerzeugung eben Kapazitäten haben. Da sind wir auf dem richtigen Weg, wahrscheinlich mit dem Thema Reservelösung, dass wir möglichst wenig festschreiben, aber eine gewisse fossile Kraftwerksreserve haben. Aber wenn wir jetzt Maßnahmen ergreifen, das ist die Substanz hier, aber die ist ja gut. Herr Wollseifel. Wenn wir jetzt, ich kann auch eine Schrankwand bauen, ich bin auch handwerklich bedarbt. Wenn wir jetzt aber auf die Idee kommen, auch noch dieses Thema Sicherheit anzugehen, um die 40 Prozent zu erreichen, jetzt alte Braunkohlekraftwerke abzuschaffen beziehungsweise mit Strafen zu belegen, die zur Folge haben, erstens, dass überhaupt kein Gramm CO2 eingespart wird, weil dann nämlich die Erzeugungskapazitäten ins Ausland gehen, dass zweitens die Stromkosten weiter deutlich steigen werden und dass dritten Zehntausende von Arbeitsplätzen riskiert werden, das kann es nicht sein, da werden wir mit Sicherheit nicht mitmachen, da werden wir gegenhalten und da ist, glaube ich, schon eine Bewegung im Moment im Gange, das kann es nicht sein. Also wir müssen das Thema Sicherheit hinkriegen, aber so nicht und die anderen Komponenten nicht vernachlässigen. Aber wie kann es denn sein? Was braucht eine Energiepolitik, die weder die Wirtschaft über Gebühr belastet, aber auch die Umwelt halbwegs? Ich sage ja, wir können auch auf andere Art und Weise, es gibt das Thema der Gebäudesanierung, wenn wir da endlich mal zur Lösung kommen, da ist viel größeres Potenzial, als wenn ich einzelne Braunkohlekraftwerke abschalte sozusagen. Wir müssen das Thema Kosten in den Griff kriegen, wir dürfen nicht dauernd Kosten drauflassen, wir müssen die Kosten runterfahren, das heißt, wir müssen in die gesamte Systematik mehr Markt reinbringen, wir müssen das Thema Ausschreibung vorantreiben, wir dürfen in den Kosten draufsatteln, also das ist ein Riesenthema, Gabriel hat mal gesagt, das ist wie ein 100 Meter Lauf, da haben wir erst 10 Meter erreicht, für mich ist das ein Marathonlauf, aber da haben wir erst die ersten Kilometer erreicht, da ist ein Riesenaufgabengebiet und wenn wir das nicht hinkriegen, wenn wir dieses Dreieck, dieses zielpolitische Dreieck nicht hinkriegen, und zwar auch im europäischen Maßstab, ich meine, wir sind ja in Deutschland nicht alleine, ich gehe jetzt nicht auf das Thema 1,17 Energie, wenn in den Bundesländern, ich bin nächste Woche Montag in Bayern in der Staatskanzlei eingeladen, eingeladen, nicht vorgeladen, und ich sage mal, wenn wir das nicht hinkriegen, wir müssen in den europäischen Maßstab denken, und dann können wir es vielleicht hinkriegen, aber sonst riskieren wir viel. Herr Wollseifer, die Stichwort Gebäudesanierung möchte ich aufgreifen, für das Handwerk ist die Energiewende ja eigentlich eine Goldgrube, da ist jede Menge Wertschöpfung möglich, brauchen Sie da mehr Unterstützung, etwa bei der Förderung solcher Maßnahmen, oder geht das auch ohne? Ja, manche sagen, das Handwerk ist ein Stück weit grün, das will ich aber jetzt hier nicht anführen in dem Kreis, aber es ist natürlich so, dass das Handwerk mit sehr vielen Gewerken an der Energieeffizienz, an der Energiegewinnung, an der Energieeffizienz beteiligt ist, also anderthalb Millionen unserer Mitarbeiter sind damit beschäftigt, über 30 Gewerke sind damit beschäftigt, von daher ist das natürlich für uns ein wichtiger Wirtschaftsfaktor und auch Umsatzfaktor. Wir sagen aber, wir müssen natürlich, wenn wir an Energie denken, nicht nur immer an Strom denken, das ist das eine, wir müssen auch an das Heizen denken. Das ist eine sehr große Ressource und hier können wir natürlich auch eine ganze Menge einsparen. Die beste Energie ist die, die wir erst gar nicht verbrauchen, denn die brauchen wir nicht zu erzeugen, die brauchen wir nicht weiterzuleiten, die brauchen wir nicht zu speichern und von daher sollten wir uns doch in diese Richtung bewegen und wir bedauern es natürlich sehr, dass jetzt zum zweiten Mal durch die Länderblockade es nicht dazu gekommen ist, dass wir Energieeffizienz auch steuerlich anreizen. Das müsste natürlich auch ein gehaltvolles Paket sein, nicht 25.000 auf 10 Jahre mit 10%, sondern da müsste auch was Gehaltvolles drin sein und dann könnten wir etwas erreichen, dann könnten wir Privatinvestitionen, die es ja in unserer Gesellschaft umfangreich gibt, dann könnten wir die anreizen und dann könnten wir etwas für das Klima tun, dann könnten wir es für die Wirtschaft tun, genauso für die herstellende Wirtschaft, für die Industrie, wie für das Handwerk. Ich glaube, das wäre ein Konjunkturpaket 3 und das ging genau in die richtige Richtung. Wir könnten Erträge schaffen, über die sich auch dann Herr Schäuble freuen würde. Vielen Dank. Herr Grillo, Sie haben ja gesagt, es sind verschiedene Maßnahmen. Eine davon ist Energiesparen und überhaupt dafür sorgen, dass sie nicht verplempert wird, aber Sie sagten auch, das finde ich nochmal ganz wichtig, dass ein deutscher Alleingang wahrscheinlich der falsche Weg ist und dass es eingebettet sein muss in den europäischen Binnenmarkt. Herr Kauder, damit liegt ja irgendwie das Thema auf dem Tisch, dass es bei der Energiepolitik eigentlich immer um mehr geht als um Versorgungssicherheit. Das hat immer auch eine geopolitische Dimension. Man muss nur an die Ukraine denken. Wie sind wir da aufgestellt? Also sicher ist die Energiewende das wohl bedeutendste Zukunftsprojekt, das wir im Augenblick vor uns haben und es soll bis zur Sommerpause im Wesentlichen in den nicht nur Eckpunkten, sondern in Lösungen fertig sein. Und da wird jetzt schwerpunktmäßig daran gearbeitet. Da gehört viel dazu, von den Leitungen bis hin zur Frage, wie die Stromversorgung sichergestellt wird. Ich glaube schon, dass dies gelingen kann und da sind wir natürlich auch in Europa unterwegs. Ich kann Ihnen sagen, es wird nicht mehr lange gehen, dass Frankreich sich ausschließlich auf die Kernenergie beziehen wird. Da werden ganz andere Diskussionen kommen. Ich glaube, dass wir das erreichen können. Das ist eine große Herausforderung. Aber wenn ich daran denke, was das auch für ein Exportschlager werden könnte, wenn wir das gut machen, ist das eine wirklich lohnende Aufgabe. Ich will nur noch sagen zur Energieeinsparung, damit das auch mal gesagt wird, wir haben ein gigantisches Programm aufgelegt zur Bekämpfung von Schwarzarbeit und zur Förderung des Handwerks eine 2,5 Milliarden Handwerkerbonus, der von der Steuer abgesetzt werden kann. Das ist damals gemacht worden im Konjunkturprogramm 2009-2010, um die Wirtschaft anzukurbeln. Als man dann erklärt hat, das Konjunkturprogramm wird beendet, das gibt es nicht mehr, habe ich trotzdem dafür massiv geworben, dass es dabei bleibt, dass der Handwerkerbonus nicht gestrichen wird. Jetzt gibt es einige, die sagen, ja, aber eigentlich könnte man da auch eine Milliarde wegnehmen und könnte es für etwas anderes verwenden. Haben wir uns auch nicht dafür ausgesprochen. Punkt. Ich finde, das muss man auch mal auf der Haben-Seite sagen. Man kann viel über die Koalition lästern aus Sicht der Wirtschaft, aber man muss auch mal die Dinge sagen, die gut gelaufen sind. Und jetzt sind wir gerade daran zu prüfen, ob wir noch einmal mit den Ländern, wenn wir jetzt die Bund-Länder-Verhandlungen in den nächsten Tagen haben, über das Thema reden können. Dabei bin ich ganz explizit nicht der Meinung, dass schwerpunktmäßig die Hausdämmung stattfinden muss. Da habe ich erhebliche Vorbehalte, ob das eine sinnvolle Maßnahme ist. Aber was notwendig wäre, wäre, dass wir mal die alten Heizungsanlagen rauswerfen, dass wir dort zu einer Verbesserung kommen. Und da will ich dafür sorgen, dass wir ein Anreizprogramm bekommen. Vielleicht gelingt es ja. Man sollte nie, nie sagen, vielleicht kriege ich die Länder ja mal dafür auch noch zu gewinnen. Und sie können ja mal ein bisschen auf dem Weg unterwegs sein. Bei den Ländern, die Rechnung, die die aufmachen, ist ja grottenfalsch. Aber es hat jetzt keinen Sinn, dass ich über die Länder lächle. Wir haben die Aufgabe zu lösen und da bin wir uns. Sie haben noch eine schwierige Aufgabe zu lösen, nämlich mit der Erbschaftssteuer. Herr Schweitzer, die deutsche Wirtschaft ist stark von Familienunternehmen geprägt. Das ist schön. Das soll ja in Ihrer Sicht auch so bleiben. Von der Rechtsprechung des Verfassungsgerichts sind es nun vor allem die Familienunternehmen betroffen. Um Karlsruhe kommt man nicht drum rum. Welche Änderungen schlagen Sie denn vor, um Richtern und Erben gerecht zu werden? Zunächst mal, glaube ich, ist ein zentraler Punkt, der uns von allen anderen Industrieländern dieser Welt unterscheidet, ist unsere Wirtschaftsstruktur. Wir haben kleine Unternehmen, das haben andere auch. Wir haben im Kapitalmarkt befindliche Unternehmen, das haben andere auch und wir haben dazwischen Mittelstand und Familienunternehmen. Das hat kein anderes Land der Welt so wie wir. Und dass das so ist, das ist nicht Gott gegeben. Sondern das liegt daran, dass wir in Deutschland bisher den Grundsatz haben, wir besteuern Erträge, also das aus dem, was verdient wird, dann streiten wir uns über den Steuersatz, aber nicht aus der Substanz, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Und ich glaube, der zentrale Punkt, deswegen ist diese Erbschaftsteuer so wichtig für die Wirtschaftsstruktur dieses Landes für die nächsten 10, 20 Jahre, ist, wie gehen wir hier damit um? Und da ist zunächst mal gut, dass das Bundesverfassungsgericht vom Grunde her die bisherige Regelung bestätigt hat. Es sieht Änderungsbedarf bei einem Punkt, da hatten wir ja vorher darüber gesprochen, Herr Krauder, wo Sie einen Begriff auf dem Sozialbereich nimmt, der Bedürfnisplanung, ob das richtig ist für Unternehmer, ist die zweite Frage, das zu ändern. Das heißt, besteht das Bedürfnis, die Bedürftigkeit dafür, dort eine Verschonung im Gegensatz, im Versprechen, Erhaltung von Arbeitsplätzen zu haben. Und hier gibt es zurzeit einen Vorschlag, einen Vorschlag ist vielleicht falsch, aber einen Eckpunkt von Herrn Schäuble, wo wir auch im direkten Gespräch mit ihm sind, was wir an zwei Dingen für schwierig halten. Das eine ist der Einbezug des Privatvermögens. Das ist übrigens eine systematische Umstellung, die wir bisher nie hatten. Das ist eine Doppelbesteuerung. Und das zweite ist eine sogenannte Freigrenze von 20 Millionen Euro. Das hört sich jetzt viel an, wenn man aber weiß, dass in Deutschland von Finanzämtern Unternehmen mit dem 18-fachen des Jahresgewinns bewertet werden. Wenn die dafür kaufen müssten, hätten sie glaube ich relativ viele Unternehmen, sind sie heutzutage mit etwas über einer Million Jahresgewinn dabei, wenn es einen Erben gibt. So damit ist der große Teil betroffen. Was wir gemeinsam als Wirtschaft und nicht nur als Vorschlag, das ist die ERK, sondern BDI, BDA, ZDH und verschiedene andere noch haben, ist zu sagen, erstens, wir brauchen einen höheren Betrag von mindestens 100 Millionen Euro und zwar nicht als freie Grenze, sondern als freie Betrag. Das ist wichtig, weil sonst müssen sie versuchen, ihr Unternehmen zu weniger wert zu machen, damit sie möglichst unterhalb dessen sind und wenn sie oberhalb dessen sind, sind sie mit allem dabei, also als freie Betrag. Und das zweite, die Prüfung der Bedürftigkeit nicht auf das Privatvermögen zu beziehen, sondern auf das Betriebsvermögen zu beziehen und dann auch festzustellen, wenn sie die Charakteristika von mittelständischen Familienunternehmen erfüllen, da gibt es verschiedene Kriterien, dass sie dann auch in die Regel- oder Optionsverschuldung geben können. Ich glaube, das ist ein zentraler Punkt. Mir ist die Schwierigkeit dessen bewusst, dass wir einen Bundesrat haben, der Herr Kauder nicht die absolute Mehrheit hat, dass die Union nicht die absolute Mehrheit hat, aber am Ende des Tages wird es auch keine erbschaftsteuerliche Regelung geben, an der die Union nicht zustimmt. Weil es muss immer die Grundlage, es ist ein Gesetz im Deutschen Bundestag und das wird es nicht geben, zumindest nicht in diesem Fall, in dieser Legislatur, gegen die Stimmen der Union und ich glaube, dieser Verantwortung ist nicht gerecht und Herr von Stetten, wir haben über dieses Thema gesprochen, also mir ist, und Herr Lennemann, mir ist das Thema sehr bewusst, dass das auch bei den Wirtschaftspolitikern sehr präsent ist, aber das ist mehr als ein wirtschaftspolitisches Thema, das wird zu einem gesellschaftspolitischen Thema, wenn hier nicht Änderungen zu dem, was bisher vorliegt, vorgenommen werden. Aber es ist ja auch, es ist auch deshalb ein gesellschaftliches Thema, weil es an das Gerechtigkeitsempfinden vieler Leute geht. Herr Kauder, ich glaube, das ist so ein typisches Dilemma-Thema, wo man es eigentlich nicht so richtig gut machen kann. Einerseits die Wirtschaftsinteressen, der Mittelstand und andererseits das Gefühl, das ist doch nicht gerecht, oder? Nein, das ist überhaupt kein Dilemma-Thema. Die letzte Erbschaftssteuerregelung habe ich mit Peter Struck gemacht, in der letzten Großen Koalition. Und das war überhaupt kein Thema, weder für Sozialdemokraten noch für Gewerkschaftsbosse, dass der Satz richtig ist, das Geld, das in der Firma bleibt, um Arbeitsplätze zu erhalten, muss nicht mit Erbschaftssteuer belegt werden. Das haben alle Betriebsräte und alle haben das ganz super gefunden. Und der Satz ist auch richtig. Auch wenn er von der Politik formuliert worden ist, ist der Satz richtig. Und deswegen haben wir diese Regelung gemacht. Leider Gottes hat das Bundesverfassungsgericht dann etwas eingeführt, was es bisher im Steuerrecht nicht gab, was typischerweise aus dem Sozialrecht kommt, nämlich die Bedürfnisprüfung. Mit allem habe ich gerechnet, wo vielleicht ein Problem auftauchen könnte. Aber mit dem haben wir nicht gerechnet. Jetzt sind wir zunächst mal froh, dass diese Verschonungsregelung grundsätzlich akzeptiert worden ist. Daraus kann man was machen. Zweitens ist auch klar, das muss man akzeptieren, wenn das Bundesverfassungsgericht sagt, wenn ihr bei den kleineren Betrieben eine Regelung findet, dass 80% keine Erbschaftssteuer mehr bezahlen, sondern nur 20%, ist das mit Artikel 3 Grundgesetz nicht vereinbart. Das muss man akzeptieren. Da muss eine Lösung gefunden werden. Und jetzt kommt es auf die Frage an, wie gehen wir bei den großen Betrieben um. Und da will ich mal sagen, bin ich noch nicht entschieden, wie wir die Sachen regeln. Es könnte nämlich sein, muss man sich genau anschauen, dass die Bedürfnisprüfung bei den Unternehmen zu einer viel schnelleren Zugriff des Staates auf Erbschaftssteuer führen könnte, als im anderen Fall. Deswegen bin ich da mal sehr vorsichtig, ob das der richtige Weg ist. Das schauen wir uns genau an. Ich sage Ihnen nämlich, wenn man sagt, wir machen die Bedürfnisprüfung auf die Firma, sagen Sie auch nicht, aber sagen viele, dann ist doch das völlig klar, dass man sagt, dann machen wir noch eine Stundungsregelung. Aber Stundung heißt nicht Erlass, sondern es wird danach gezogen, dass man nach dem Motto sagt, bedürf nicht, wenn der jedes Jahr 10 Millionen Gewinn macht, kann er auch im Jahr 500.000 zahlen. Das sind dann in 10 Jahren auch 5 Millionen. Also deswegen muss man sich das genau anschauen. Ich bin noch nicht entschieden, aber von einem können Sie ausgehen. Erstens mal, wir wollen nicht mehr Erbschaftssteuer. Das wollen wir gar nicht, das haben wir klar formuliert. Wir wollen, dass die Grundregel gilt, das Geld, das in der Firma bleibt, um zu investieren und die Firma fortzuführen, von dem will der Staat nichts haben. Und dann müssen wir gucken, dass wir da ein Ergebnis hinführen. Ein drittes Mal, innerhalb von 10 Jahren, nochmal vor das Bundesverfassungsgericht, und dann den Bescheid zu bekommen. Das ist wieder verfassungswidrig. Das wäre ein riesengroßes Problem, sagen alle Unternehmen. Wir wollen jetzt mal Rechtssicherheit, dass wir wissen, wo es hingeht. Also jetzt müssen Sie mal davon ausgehen, wir haben dasselbe Interesse, Sie und wir. Und deswegen bin ich überzeugt, dass wir zu einer Lösung kommen, die auch der Sache gerecht wird. Herr Wollseifer will auch noch dazu beitragen, glaube ich, zu dieser Lösung. Ganz genau. Ja, Herr Kauder, Herr Schäuble sagt uns das ja auch immer wieder, dass wir die gleiche Zielsetzung hätten. Aber wir müssen natürlich die Kriterien festlegen. Und da denke ich schon, da hat der Herr Dr. Schweitzer die obere Grenze von 20 Millionen angesprochen. Aber nun ist es ja nur nicht so, dass also 80 oder 90 Prozent aller Betriebe in Deutschland über 20 Millionen wert wären. Nämlich das Gros ist das nicht. Und wenn ich also jetzt für die über eine Million Handwerksbetriebe spreche, für uns ist die untere Grenze sehr relevant. Nämlich die von Herrn Schäuble definierte Ein-Million-Unternehmenswert-Grenze. Da sagen wir, das ist sehr schwierig für uns. Da geht es um die Lohnsummen-Kontinuität und den Lohnsummen-Nachweis für die Zukunft, wenn ein Betrieb vererbt wird. Und das ist für uns sehr schwierig. Da gab es bisher die Beschäftigtenzahl und die wollen wir auch behalten, weil das also das Kriterium ist, was am wenigsten streitanfällig ist. Denn wenn wir uns über eine Million unterhalten, Unternehmenswert, der ist in München anders als in Frankfurt-Oder, der ist heute anders als in fünf Jahren. Das kann es nicht sein. Wir wollen uns nicht mit den Finanzverwaltungen jahrelang rumzanken und klagen. Wir sollten da eine vernünftige Regelung finden. Und Frau Hasselfeld, wir haben uns auch schon darüber ausgetauscht. Wir haben ja da auch vernünftige Kriterien gesetzt. Wir sagen also, wir wollen bei der Beschäftigtenzahl bleiben, bis zehn Personen, so wie es bisher war. Und darüber hinaus eine Flexibilisierung. Darüber können wir reden. Und ich denke, dann haben wir auch wirklich kritikfeste und ansatzfeste Kriterien. Also dazu muss ich sagen, selbstverständlich. Darüber können wir gerne reden. Der aber von Ihnen so hochgelobte ehemalige Bundesverfassungsgerichtspräsident Papier, den Sie auch zitieren oder auf den Sie zurückgreifen, Herr Schweitzer. Der im Auftrag Ihres Wirtschaftsrates ein Gutachten gemacht hat. Ja, 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 der Auftrag, jetzt zu Gutachten will ich nicht viel sagen, aber als Jurist weiß ich, dass man zu jedem Gutachten auch ein qualifiziertes Gegengutachten schreiben kann, weil das Interpretationsverhalten sind. Nein, ich will nur eins sagen. Herr Papier sagt, es geht gar nicht, dass 80 Prozent, wenn man eine Erbschaftsteuerregelung hat, dass 80 Prozent davon befreit sind und 20 Prozent die Erbschaftsteuer zahlen, sagt auch Herr Papier. Jetzt will ich mal die Zahl sagen. Wir sind jetzt bei 20 Mitarbeitern. Davon sind dann 80 Prozent der Betriebe von der Erbschaftsteuer befreit. Wenn wir auf 10 Mitarbeiter runtergehen, sind es noch immer nahezu 70 Prozent. Ich will mal nur die Zahl sagen. Wenn Sie die Einpersonenunternehmen rausnehmen, dann haben Sie noch 42,63 Prozent. Und dann ist es noch nicht mal mehr die Hälfte und dann ist es also nicht mehr, wie man so schön sagt, systemrelevant hinsichtlich der Erbschaftsteuer. Ja, ja, das ist natürlich schon richtig, aber auch die Einpersonenunternehmen, die sollen gar keine Erbschaftsteuer mehr bezahlen. Nein, da gibt es ja keine Lohnsummenregelung, weil sie keine Lohnsummennachweise führen können. Das ist mit dem Grundsatz des Artikel 3 sehr, sehr schwer zu machen. Nicht alles, was wir wollen, kriegen wir leider beim Bundesverfassungsgericht hin. Wir prüfen das ganz genau, aber selbst wenn es knapp unter 50 Prozent sind, ist das noch eine schwierige Sache. Ich sage mal nur mit, wir können es nachher machen, aber zu glauben, dass die Lösung von 20 auf 10 jetzt die hundertprozentige Lösung sei, so weit sind wir eben noch nicht. Mein Herr, mir scheint fast, das sollte das erste Thema sein in der Gesprächsreihe, dass Sie dann noch tiefer eintauchen können. Und ich würde mich freuen, wenn Sie genauso leidenschaftlich über TTIP und Industrie 4.0 mit mir sprechen würden. Das haben wir nämlich auch noch auf der Liste. Herr Grillo, die Deutschen sind bekannt für die German Angst und keine europäische Nation hat tatsächlich mehr Angst vor TTIP als ausgerechnet wir. Die EU-Handelskommissarin Malmström sagt, ist doch bizarr, ihr profitiert davon am meisten und sie wünscht sich auch von der Bundesregierung mehr Engagement, mehr Werbung für TTIP. Sie auch? Also wir müssen alle mehr Engagement aufbringen. Herr Dr. Fuchs hat es vorhin erwähnt, er hat sich bedankt, er hat sich heute so oft bedankt, das macht mich schon wieder misstrauisch, aber so oft bedankt bei uns. Wir haben am Wochenende, letzte Woche eine neue Kampagne gestartet, BDI und Mitgliedsverbände, starke Regeln, echte Chancen für ein starkes TTIP. Ich bin fest davon überzeugt, dass uns als Exportland nichts Besseres passieren kann als ein starkes TTIP mit vernünftigen Regeln. Aber das nutzt überhaupt nichts, wenn ich davon überzeugt bin, wenn Herr Fuchs davon überzeugt ist, wir müssen den Bürger davon überzeugen. Es gibt so eine Anti-Bewegung, die überhaupt nicht nachvollziehbar zu vollziehen ist. Letzte Woche mal auf der Pressekonferenz in Hannover gefragt worden, warum sind Sie eigentlich so dafür? Sie wissen doch noch gar nicht, was da drin steht. Das ist ja intransparent. Da habe ich gesagt, danke für die Frage. Alle, die dagegen sind, die wissen aber auch nicht, was da drin steht. Die sind Hauptsache dagegen. Das heißt, wir müssen aufklären, wir müssen Vertrauen schaffen. Wir müssen Sie alle, wenn ich das so sagen darf, Sie alle müssen in Ihren Wahlkreisen, in Ihren Unternehmen dafür Werbung machen, dass die Bürger wieder Vertrauen da reinkriegen. Wir sind Exportweltmeister, wir leben vom freien Handel, gerade auch mit der USA und das müssen wir stärken. Wir haben nichts davon, wenn TTIP jetzt nicht klappt, die USA mit den asiatischen Regionen ein Freihandelsabkommen schaffen und wir haben auch nichts davon, wenn wir jetzt alle problematischen Fälle rausnehmen. Natürlich darf es nicht dazu kommen, dass Standards gesenkt werden, dass Sozialstandards, Lohnstandards, Arbeitsschutzstandards, all diese Themen, die werden nicht, da steht ja schon im Verhandlungsmandat. Also insofern ein starkes TTIP. Ich bin auch froh, dass Frau Malmström die Aufgabe übernommen hat, weil ich das Gefühl habe, dass sie das Thema Transparenz und Vertrauen erkannt hat, also da auch in die richtige Richtung verhandelt. Und insofern, letzte Bemerkung, wir brauchen auch, das ist eine Diskussion, wir brauchen auch ein Investitionsschutzabkommen. Ja, wir haben heute 129 Investitionsschutzabkommen, im Übrigen ungefähr 10 oder 12 mit EU-Staaten und dieses Land, diese Wirtschaft hat das überlebt. Wunderbarerweise, obwohl man die ganzen Kommentare sieht. Natürlich gibt es bei den Investitionsschutzabkommen Probleme, Fehler, Transparenz, keine Berufung. Das müssen wir ändern. Da haben wir jetzt die Chance, das zu ändern, gute Abkommen daraus zu machen, ein Beispielabkommen daraus zu machen, das müssen wir machen. Nochmal, wir müssen alle Werbung machen, wobei Werbung ist missleitend. Wir müssen Vertrauen wieder schaffen, aufklären. Sie in Ihren Wahlkreisen, in den Unternehmen und dann haben wir noch eine Chance, aber es wird nicht schwer, weil die, die dagegen sind, Massen mobilisieren, mit sehr viel Geld und einfach, um irgendwo mal eine Bewegung zu kreieren und da müssen wir gegenhalten. Klar, die Kritik stellen, sachliche Diskussion, überhaupt keine Frage, es ist nicht alles Gold, was glänzt, aber grundsätzlich die Richtung ist wichtig und richtig und sichert auch Wachstum und Beschäftigung. Herr Grillo, Sie haben jetzt Sie haben jetzt naturgemäß die wirtschaftlichen Aspekte von TTIP in den Fokus gestellt, wie Deutschland da profitieren kann, aber Herr Kauder, es gibt ja auch noch einen anderen Aspekt, jetzt komme ich nochmal auf meine Geopolitik zu sprechen, auf eine Wertegemeinschaft, also kommt das vielleicht ein bisschen kurz in der politischen Kommunikation. Viele denken vielleicht, es geht nur um Wirtschaft und sehen gar nicht, dass es noch um andere Dinge geht. Naja, Michael Fuchs hat ja darauf hingewiesen, dass bei der Kritik an TTIP auch sehr viel Anti-Amerikanismus mit zum Tragen kommt und ich finde, wir haben alle einen Grund, dieses transatlantische Bündnis wieder stärker in die Diskussion zu bringen. Ich kann nur sagen, mancher hat geglaubt, nach dem Fall von Eisernen Vorhang, Mauer und Stacheldraht sei man einer ganz neuen Welt angekommen und da kann ich nur sagen, die Diskussionen um Russland und Ukraine zeigen, dass auch Europa allein nicht in der Lage ist, solche großen geopolitischen Konflikte zu lösen und wir wären auch als Europa allein nicht in der Lage, uns mit unseren Interessen bei China zum Beispiel durchzusetzen und deswegen finde ich, haben wir alle einen Grund, uns immer wieder daran zu erinnern, dass wir mit den Amerikanern auch eine Werte- und eine Schicksalsgemeinschaft teilen. Jetzt muss ich sagen, ich finde nicht alles toll, was die Amis machen. Also wenn sie das Handy der Kanzlerin abhören, das finde ich einfach nicht in Ordnung, um das mal klar zu sagen. So geht man unter Freunden nicht um. Aber das muss ich natürlich auch trennen von dem, was uns sonst miteinander verbindet, zu dem unsere anderen Freunde das auch machen. Also das ist jetzt kein Alleinstellungsmerkmal der Amis. Aber trotzdem ist das nicht in Ordnung, muss ich mal sagen. Aber man muss auch klipp und klar sagen, die Amerikaner brauchen sicher auch das Freihandelsabkommen mit uns. Aber wir brauchen sicher noch ein Stück mehr als die Amerikaner. Und wenn wir das Freihandelsabkommen mit den Amerikanern nicht abschließen, dann sind wir noch mehr unter Druck, Handelsabkommen mit China und anderen abzuschließen, wo die uns dann die Bedingungen diktieren, weil sie wissen, dass wir gar keinen Ausweg mehr haben, wenn wir das andere nicht gemacht haben. Das ist auch die geopolitische Dimension. Also zu glauben, Hybris, wir geben den Amis einen Korb und dann verhandeln wir mit den Chinesen. Also einen solchen wirtschafts- und geopolitischen Wahnsinn zu glauben und über das müssen wir auch reden. Ich kann das nur bestätigen und wir dürfen nicht vergessen, die Amerikaner waren lange Zeit die sogenannte Weltpolizei der Welt. Die Deutschen, ich sehe das mal aus der deutschen Brille, obwohl Titel natürlich ein europäisches Thema ist, die Deutschen übernehmen immer mehr Verantwortung, müssen auch immer mehr Verantwortung übernehmen aufgrund der Stärke. Und wenn wir da nicht starke Partnerschaften mit den Amerikanern eingehen und diese Verantwortung gemeinsam, wenn wir nachher abhängig sind von den Chinesen, die eine völlig andere Denkweise haben, eine völlig andere Meinung von Demokratie oder wie man ein Land nennt, wenn wir da sozusagen da ein Klumpenrisiko haben, das haben wir heute schon in der Wirtschaft. Wir müssen die Partnerschaft mit den Amerikanern stärken, wir müssen Vertrauen zurückgewinnen, das ist beidseitig. Ich glaube, die Amerikaner müssen lernen, dass sie auch davon profitieren, von den Europäern und dann kriegen wir es hin. Aber wir müssen wirklich aufpassen, die Verantwortung, die wir haben, wir müssen stärker werden, wir müssen mehr Verantwortung auch wahrnehmen für die Wirtschaft, aber auch die Politik und dafür brauchen wir eben die Achse und da würde TTIP sicherlich ein gutes Instrument sein. Vielen Dank, Herr Grillo. Meine Damen, meine Herren, ich würde gerne zum Schluss noch ein bisschen in die Zukunft gucken, in ein besonders zukunftsträchtiges Thema, das uns aber heute schon beschäftigen muss und ja auch beschäftigt, wenn wir da ordentlich mitmachen wollen bei der Industrie 4.0, nämlich Herr Schweitzer. Es gibt zig verschiedene Definitionen darüber, was das überhaupt ist, Industrie 4.0 und es gibt auch höchst verschiedene Einschätzungen, wie wir da performen. Das Max-Planck-Institut sagt, es gibt Trutzburgen der Ahnungslosen in deutschen Wirtschaftsunternehmen und glaubt, selbst etablierte Unternehmen seien gefährdet und andere sagen, die deutschen Hersteller sind bestens ausgerüstet. Wo sehen Sie uns? Wo stehen wir? Also zunächst mal, glaube ich, würde ich übrigens nicht nur von Industrie 4.0 sprechen wollen, sondern es betrifft die gesamte Wirtschaft. Da freut sich Herr Wollseifer auch. Ja, das Thema ist Wirtschaft 4.0. Und ich glaube, wir haben aus Umfragen bei den Industrie- und Handelskammern wissen wir, dass die Mehrheit der Unternehmen daran eine nachhaltige Chance sieht. Im Übrigen unabhängig davon, ob man da eine Chance oder ein Risiko sieht, wenn man sich dem nicht stellt, weil das würde ja unterstellen, wir können entscheiden, ob es kommt oder nicht kommt. Also wir können entscheiden, ob wir vorne sind oder ob wir aus dem Zug aussteigen und nicht mehr dabei sind. Das ist also keine Entscheidung, will man oder will man nicht, sondern will man vorne sein oder ist man nicht mehr dabei im Stadion. Ist das ein ganz zentraler Punkt. Und was ich glaube, deswegen ist auch gut, Herr Kauder, die Entscheidung der Bundesregierung aus den zusätzlichen Investitionen, die ja jetzt für 2016 bis 2018 in Höhe von 15 Milliarden geplant sind, da auch etwas nachhaltig für den Breitbandausbau zu nehmen, weil das, glaube ich, ist die zwingende Voraussetzung. Und ein zweiter ganz maßgeblicher Punkt ist, wir sind als Deutschland viel zu klein, um auf diesem Feld die entscheidende Rolle zu spielen, sondern wir sind Teil in Europa und wir werden nur als Europa, als Europäische Union, auch hier eine Antwort finden können, auch gegenüber den USA. Deswegen ist es meines Erachtens unglaublich wichtig, dass wir es relativ zügig schaffen, einen europäischen digitalen Binnenmarkt zu bekommen, weil nur dann haben wir auch wirklich eine Chance, uns dem zu stellen und vor diesem Hintergrund, glaube ich, ist auch die Entscheidung, dass Herr Oettinger, der deutsche Kommissar, genau für diesen Thema ist, eine gute Entscheidung. Aber ich glaube, wir haben uns auf den Weg gemacht und wir müssen jetzt schauen, dass wir auch wirklich die Voraussetzungen schaffen, Investitionen in Breitbandstruktur als Unternehmen entsprechend aufzustellen. Da gibt es ja die verschiedensten Initiativen, um dann auch nachhaltig nach vorn zu kommen. Wir dürfen dabei nicht nur an die finanziellen Investitionen denken, sondern wir müssen, wenn uns dieses Thema wichtig ist, und das scheint ja inzwischen allgemeiner Konsens zu sein, darüber im Klaren sein, dass das Veränderungen auf die Arbeitswelt hat und zwar genau teilweise an den Stellen, wo im parlamentarischen Bereich im Moment das Gegenteil passiert. Also uns muss klar sein, Wirtschaft 4.0 heißt Zunahme arbeitsteiliger Prozesse. Das ist das Gegenteil von regulieren, von steuern wollen, von staatlichen Eingriffen in das Verhältnis zwischen Unternehmen, Kunden, Lieferanten, Unternehmen und ihren Arbeitnehmern. Das muss uns einfach klar sein. Wenn wir das ernst meinen, bedeutet das in aller Konsequenz, wenn wir die Leistungen, die wir in Deutschland erbringen können auf diesem Gebiet, auch in Deutschland halten wollen, dass wir in Deutschland zunehmend Arbeitsteilung ermöglichen und verstärken müssen. Es findet statt, die Digitalisierung. Wenn sie nicht in Deutschland stattfindet, findet sie sozusagen außerhalb unserer Grenzen statt oder zwischen uns und anderen Ländern. Es ist völlig gleich, wo die Digitalisierung stattfindet. Ob ich das in meinem Unternehmen mit einem holländischen oder einem Überseepartner mache, wenn ich es in Deutschland nicht hinkriege, mache ich es mit einem anderen und das gilt für jedes einzelne Unternehmen. Und das ist total das Gegenteil von dem, was zur Zeit an Regulierung auch in den Parlamenten vorangetrieben wird. Sie müssen öffnen und nicht einengen. Das schreit eigentlich nach einer Replik durch die Politiker, aber vielleicht, Herr Grillo wollte sich auch noch einschalten, vielleicht kommt da noch eine Replik dazu. Ich wollte das nur bestätigen, das größte Risiko in Industrie 4.0 ist, wenn wir nicht mitmachen, wenn wir es ablehnen. und wir werden am meisten Arbeitsplätze verlieren, wenn wir es ablehnen. Das heißt, wir müssen genauso und vielleicht müssen wir hier früher agieren oder besser agieren als zum Beispiel beim Thema TTIP. Wir müssen den Bürgern, den Mitarbeitern die Angst nehmen vor Industrie 4.0. Die Angst nehmen, dass da was, natürlich ist eine Veränderung, Veränderung ist aber unbequem, aber die wird kommen. Aber die Angst nehmen, dass da Arbeitsplätze verlieren. Industrie 4.0, wir haben gute Chancen. Wir haben im Übrigen, 4.0 heißt ja, wir haben schon 1.0, 2.0, 3.0 überlegt. Wir können Strukturwandel und das können wir im gesamten Land. Das ist eine gute Chance. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir hier auch das Rennen vorne gewinnen können. Wir haben kein Silicon Valley, wir haben auch kein Google und kein Facebook und sonst was. Das haben die. Die brauchen aber uns. Wir haben aber einen Maschinenbau, wir haben Steuerung, wir haben Fertigungstechnologien, wir haben Kompetenz, wo wir auf jeden Fall, und wer auf der Hannover-Messe von Ihnen war, hat gesehen, was da eigentlich an Potenzial da ist. Wenn wir das richtig einsetzen, unterstützt natürlich von den Rahmenbedingungen, vom Breitbahnausbau, von Datenschutzbestimmung, einer europäischen EG Binnenmarkt und so weiter, wir kennen die ganze Thematik, dann werden wir da vorne mitspielen. Wenn wir aber die Hände falten und woanders hingucken und nur sagen, Mensch, was ist das gefährlich und so was, dann werden wir das nicht schaffen. Frau Hasselfeld, Sie haben jetzt bei Herrn Grillo, aber auch bei Herrn Kramer viel genickt. Teilen Sie die Einschätzung, ziehen Sie sich den Schuh an, Sie regulieren zu viel, Sie, die Politik? Ich teile auf jeden Fall die Einschätzung, dass dies wohl die größte Herausforderung ist, der wir uns alle zu stellen haben, aber dieses auch Chancen mit sich bringt, wenn wir diese Herausforderung richtig gestalten. Ich gehe sogar noch weiter, das ist nicht nur Wirtschaft 4.0, sondern es ist eigentlich eine gesellschaftliche Veränderung, die sich da abzeichnet und deshalb teile ich auch Ihre Einschätzung, es muss uns allen bewusst sein, den Arbeitnehmern genauso wie den Unternehmern in allen Branchen und uns in der Politik, dass wir hier eine wirkliche ein Stück weit Revolution auch erleben, die gestaltet werden muss, in der Qualifikation der Arbeitnehmer gestaltet werden muss, in der zunehmend arbeitsteiligen Welt dann auch gestaltet werden muss. Ich nehme das wirklich auf, dass wir da auch wachsam sein müssen, und wir müssen diese Diskussion auch offensiv führen und nicht so defensiv, wie wir sie bei TTIP geführt haben und wo wir jetzt in einer sehr schwierigen Situation sind, in der Bevölkerung noch die richtigen Informationen platzieren. Das ist eine Riesenherausforderung und die Bundesregierung stellt sich auch diese Herausforderung, das, was mit der Hightech-Strategie der Bundesregierung, mit der Plattform Industrie 4.0 auf den Weg gebracht wurde, für 15 Jahre lang, ist beines Erachtens ein richtiger Ansatz, bei der eben die breite Palette der Themen, die beschäftigungspolitischen Auswirkungen, die industriepolitischen Auswirkungen, aber auch die Auswirkungen im Ausbau der digitalen Infrastruktur, alles gebündelt wird und bearbeitet wird, gemeinsam von Politik, Wirtschaft und Gewerkschaften. Ich finde, das ist der richtige Ansatz, aber es ist eines der wichtigsten Themen, dem wir uns insgesamt in unserer Gesellschaft zu widmen haben. Frau Hasselfeld, Sie sagen, das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, Sie sprechen von einer Revolution. Herr Wollseifer, demgegenüber eine Zahl, gerade 39 Prozent der Handwerksbetriebe, messen der Digitalisierung für das eigene Geschäft eine große Bedeutung bei. Wie erklären Sie sich diese Kluft, das liegt ja wahrscheinlich nicht nur an der Begrifflichkeit, auf die Herr Schweitzer schon hingewiesen hat, dass Industrie 4.0 vielleicht zu eng gefasst ist, oder ist das doch was, was nachhört? Ja, ich glaube, ob wir es Industrie, Wirtschaft, Gesellschaft 4.0 nennen, es ist nicht die Frage, ob es kommt. Es wird kommen, es ist die Frage, wie schnell es kommt. Und wir müssen es alle gemeinschaftlich in der Gesellschaft, in der Wirtschaft, in der Industrie unterstützen, damit wir schneller sind. Denn es ist heute in dieser Gesellschaft, und in dieser Wirtschaft so, dass also nicht die Großen die Kleinen fressen, sondern die Schnellen die Langsamen. Und von daher müssen wir dabei sein bei diesem Prozess. Und wenn ich es jetzt auf Handwerk beziehe, 50.000 Betriebe im Handwerk beschäftigen sich schon mit dem Internet der Dinge. Das sind Computer, Internet gesteuerte Maschinen, und es werden täglich mehr. Natürlich, dieser Prozess ist bei den kleinstrukturierten Betrieben etwas langsamer als bei der Großwirtschaft, bei der Großindustrie. Aber schauen Sie, im Nahrungsmittelhandwerk, die Filialisierungen, die zurzeit stattfinden, die könnten gar nicht stattfinden, wenn wir nicht die Digitalisierung hätten, wenn wir nicht mit Daten angeschlossen wären. Im Baubereich, wir führen ja unsere Kunden durch Gebäude, die es noch gar nicht gibt, die visualisieren wir und zeigen denen, wie die Möbel gestellt werden, wie die Badeinrichtungen sind und so weiter. Ich könnte Ihnen jetzt für jedes Gewerk irgendwelche Beispiele nennen, die das dokumentieren. Also von daher denke ich, wir sollten das alle unterstützen. Wir sollten also dabei sein bei diesem Prozess. Und wir sollten, wie es jetzt auch schon mehrfach angeklungen ist, dafür natürlich auch die Infrastruktur schaffen. Denn wenn wir fordern in der Wirtschaft, wir brauchen 50, 100 Megabytes pro Sekunde, dann haben wir in den ländlichen Gebieten, da können wir froh sein, wenn wir 5 oder 10 haben, da warten Sie aber lange, bis die Daten ankommen, das kann ich Ihnen sagen. Und das kann es nicht sein. Die ländlichen Gebiete, die dürfen von den Metropolen nicht abgekoppelt werden. Wir müssen das in die Fläche ziehen. Deshalb ist es eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, so wie es die Frau Hasselfeld auch gesagt hat. Ich würde gerne noch mal dieses gesamtgesellschaftliche genauer angucken. Es gibt einen Arbeitskreis Smart Service Welt, heißt der, und der hat eine recht erschreckende Botschaft formuliert. Die Digitalisierung, so diese Arbeitskreis, stelle die technologische Souveränität Deutschlands und Europas in Frage. Und er sagt dann, man müsse das Technikverständnis ergänzen, um die Fähigkeit, neue Geschäftsmodelle zu analysieren, zu entwickeln. Da schwingt ja mit, dass es eben mehr ist als Technik und Digitalisierung. Brauchen wir da eine neue Gründerzeit, Herr Kramer? Was genau meint das? Wir brauchen nicht eine neue Gründerzeit. Wir müssen eine Fortsetzung, der in Deutschland bestehende Gründerzeit haben. Und es gab schon stärkere Phasen mit Gründerzeit. Es gibt im Moment eine Phase bei Start-ups, sehr stark hier in Berlin. Das ist aber ein spezielles Feld, in dem die tätig sind. Das ist aktiv. Aber wenn Sie auch in den Bereich Handwerk oder andere Strukturen hineingehen, da gibt es bedauerlicherweise in der Gesellschaft einen zunehmenden Vorbehalt gegenüber sich selbstständig machen. Das geht übrigens bis in den medizinischen, ärztlichen Bereich hinein. Wir haben mehr Ärzte in der Ausbildung als früher, haben aber weniger Ärzte, die bereit sind, eine eigene Praxis aufzumachen. Da müssen Sie sich überlegen, woran liegt das? Das liegt ja nicht daran, dass da schlechtere Mediziner sind. Das liegt daran, dass Sie Sorge haben mit den Dingen, die neben der Medizin Sie beschäftigen in Ihrer privat selbstgeführten Arztpraxis, dass Sie damit nicht zurechtkommen. Das heißt, Sie müssen sich wirklich immer wieder bewusst werden, ist das, was ich gerade an Maßnahmen ergreife, wo ich vielleicht auch etwas oder wahrscheinlich etwas Gutes meine, möglicherweise in einem Kollateralschaden ein Problem für den einen oder anderen, was Ihnen davon abhält, das Risiko des Selbstständigwerdens einzugehen. Da sind wir heute vielleicht nicht mehr ganz so dynamisch wie früher. Also wir brauchen eine Verstärkung der Gründerphase und wir müssen eine Entlastung von Gründern, von Dingen organisieren, die eigentlich mit ihrem eigentlichen Geschäft nichts zu tun haben. Das ist ein Kernproblem auf ganz verschiedenen Bereichen, vom Handwerk bis zum Mediziner, wenn Sie so wollen. Ich war vorhin offenbar an falscher Stelle auf der Suche nach dem Gerechtigkeitsdilemma. Jetzt habe ich es gefunden. Und zwar hat Herr Kauder sich als Erster gemeldet, aber Herr Grillo möchte auch was sagen. Und ich glaube, Herr Kauder, es ist auch in Ihrem Sinne, wenn Sie das Schlusswort haben. Und deshalb bin ich jetzt ungerecht und lasse Herrn Grillo vor. Ich wollte gerade sagen, nehmen Sie Herrn Kauder, aber Schlusswort ist natürlich ein großes Argument. Ich wollte nur addieren, wir müssen... Hätten Sie auch gern gehabt. Nein, man muss gar nicht alles kriegen und nehmen. Muss man mal verzichten können. Nein, nein, nein. Da streiten wir uns nachher drüber. Nein, wichtig ist, Gründerkultur, wir müssen auch mal pleite gehen wollen und dürfen. Wir wissen, in Amerika sind Sie ohne ein, zwei Pleiten brauchen Sie gar nicht kommen. Da sind Sie gesellschaftlich geächtet. Wenn in Deutschland einer Pleite geht, dann wird der so gar nicht mal reingelassen irgendwo. Das ist wieder ein Umdenken gesellschaftlicher Art. Das kann ich nicht per Gesetz befehlen. Aber auch das ist etwas, wenn wir diesen Gedanken, denken, dass man auch mal einen Fehler machen kann. Wenn wir den genehmigen, dann sind auch mehr mutig, wieder mehr junge Leute, Arztpraxen, sonstige Sachen. Da sind natürlich Rahmenbedingungen, steuerliche Art und so weiter. Ich muss auch die Verlustvorträge anrechnen können. Das ist aber Handling, das müssen wir hinkriegen. Das weiß die Politik auch. Aber das Umdenken, wie gesagt, diese Gründermentalität, auch kleinere Unternehmen, ich glaube, das ist sehr wichtig. Vielen Dank. Herr Kauder, Sie dürfen diese Runde abschließen. Nein, das will er eigentlich nicht. Sondern ich wollte nur darauf hinweisen, dass bei allen Diskussionen, die wir führen, ich meine mal den Eindruck habe, dass wir über die kleinen Dinge, die wirklich kleinen Dinge, über die Sie sich aufregen und wo ich mich als Unternehmer auch aufregen würde, wenn ich das ein oder andere anschaue, was wir da auch gemacht haben, das ist ja völlig in Ordnung, vergessen, dass es inzwischen um etwas ganz anderes geht. Natürlich ist die Bürokratie ein Problem. Aber ich sage Ihnen mal, ich habe in diesen Tagen sehr aufmerksam einem Kurzbeitrag von Herrn Grillo zugehört, wo der genau über Big Data gesprochen hat. Und das war ja irrsinnig beeindruckend. Einmal davon gesprochen hat, dass da das ein Schiffthema sein muss und dass viele CEOs gar keine Ahnung von dem Thema haben, sondern sich briefen lassen müssen. Deswegen da erstmal eine Struktur aufbauen müssen, damit sie da erkennen, worum es geht. zweitens, dass neue Geschäftsmodelle entstehen. Das war faszinierend zu hören, was mit den Daten, die da kommen, auf einmal neue Geschäftsmodelle geriert werden. Und deswegen brauchen wir gar keine Angst haben, dass wir Google nicht haben. Aber wir müssen Angst haben, wenn wir die Möglichkeiten, die wir aus den vorhandenen Datensätzen nicht nutzen. Und dann kommt etwas, was mir große Sorgen macht. Das sind wir Politik und Wirtschaft. Und wir uns nicht jetzt mal auch ein bisschen, neben den ganzen Diskussionen, die da sind, auf etwas anderes konzentrieren müssen. Wir sind schon wieder im Hintertreffen, was bei Big Data anlangt. Denn das sind ein paar Regeln. Also wir wollen natürlich nicht neue Gesetze machen, aber dass ein paar Regulierungen, auch im Wettbewerb, Begrenzungen notwendig sind. Datensicherheit, wie läuft das alles? Da sind wir schon wieder im Hintergrund und da müssen wir intensiv darüber diskutieren. Herr Kerber hat die Frage gestellt, wem gehören eigentlich die Daten, wenn ich da was im Internet eingebe und was von mir preisgebe, damit die mir ein Angebot machen können? Dürfen die mit meinen Daten machen, was sie wollen? Da kommt eine Reihe von Fragen. Und der letzte Punkt, natürlich ist die Wirtschaft oder Gesellschaft 4.0. Aber mit dramatischen Konsequenzen für unsere Gesellschaft, das muss man wissen. Und da müssen wir auch mal uns Gedanken darüber machen. Es wird zu einer absoluten Verödung von deutschen Mittelstädten kommen. Das können sie gar nicht aufhalten. Die Leute kaufen nicht mehr im Geschäft und nur vom Angucken, um dann nachher zu bestellen im Internet, kann der nicht leben. Ich sehe das jetzt schon bei mir im ländlichen Raum. Davon ist Stuttgart noch nicht betroffen, Berlin nicht betroffen, Freiburg auch noch nicht, aber viele deutsche Mittelstädte werden das Niveau nicht mehr halten können. Und da müssen wir uns auch überlegen, wie reagieren wir da drauf? Was machen wir da? Wie funktioniert das Ganze? Das heißt also, und damit will ich aus meiner Sicht jetzt mal abschließen, bei allen Diskussionen, die wir führen, haben wir ein großes Zukunftsthema und das ist Gesellschaft 4.0. Und wenn wir das jetzt nicht bald mit aller Macht angehen, dann wird das zu einem größeren Problem als die ganze demografische Diskussion, die wir in unserem Land führen. Sie wollten es ja gar nicht, das Schlusswort, Herr Kauder, aber es war schon fast eins. Aber vielleicht ein Hauch zu düster für ein Schlusswort, Frau Hasselfeld, oder? Ich glaube, das können Sie noch schöner machen. Ich habe das... Ich habe das nicht als düster empfunden, sondern es ist, wie wir das bei Volker Kauder gewohnt sind, sehr realistisch getrunken. So ist es. Er orientiert sich immer an der Realität und ist auch sehr konkret, wenn es darum geht, Probleme zu schildern, aufzuzeigen und dann aber auch zu zeigen, passt auf, da ist eine Aufgabe, der wir uns widmen müssen und die ist größer als so manches Klein-Klein, was auch wichtig ist, aber doch in der Dimension eine andere Bedeutung hat. Ich denke, das hat er deutlich zum Ausdruck gebracht und wenn ich das gerade beim letzten Punkt so, habe ich den Eindruck, richtig wiedergebe, dann sind wir uns alle bewusst, gerade über die Bedeutung dieses Themas, Industrie, Wirtschaft, Gesellschaft, 4.0. Das ist eine echte Revolution, die uns da schon jetzt begleitet und die müssen wir aber auch gemeinsam konstruktiv begleiten. Ich habe den Eindruck, da sind wir auf einem guten Weg, aber nicht ausruhen, sondern darauf aufbauen. Frau Hasselfeld, vielen Dank. Sie beide sind wirklich ein gutes Team und ergänzen sich hervorragend und ich darf auch den Präsidenten danken, ich danke Ihnen für die Disziplin, ich habe im Vorfeld nicht gedacht, dass wir es schaffen, zehn Themen anzusprechen, ich habe auch eins fallen lassen, heimlich, still und leise, aber das weiß ja außer uns niemand und ich hoffe, dass Sie, meine Damen und Herren, einen Appetit bekommen haben, das eine oder andere Thema im Laufe der Gesprächsreihe, die ja jetzt hier mit anrollt, mit dieser Veranstaltung zu vertiefen. Bei der Erbschaftssteuer sind wir ja schon ein bisschen tiefer gegangen, aber bei den anderen eben nicht. Ich hoffe auch, dass Äußerungen wie die von Herrn Grillo, wir müssen auch mal pleite gehen dürfen, unseren letzten Redner zu einem schönen Schlusswort inspiriert und ich übergebe hiermit an einen Landwirtschaftsmeister und selbstständigen Versicherungskaufmann, den parlamentarischen Geschäftsführer der CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag, Max Straubinger. Frau Samrotzke, verehrte Präsidenten, liebe Gerda Hasselfeld, lieber Volker Kader, verehrte Damen und Herren, ich glaube, nach einer interessanten Diskussionsreihe ist es schwierig, letztendlich hier direkt abzubrechen und deshalb ist es auch gut, dass ich gleichzeitig dann überführen darf in den Wirtschaftsempfang. Aber mir ist es doch auch wichtig, darzustellen, ganz kurz und ohne die Zeit zu strapazieren, dass wir sehr viele Aufgaben mit vor uns haben, die es auch heute verdeutlicht worden ist in den Beiträgen der Präsidenten, aber genauso natürlich unserer Fraktionsführung, dass für uns die Fachkräftesicherung und natürlich die Rekrutierung in vielen Bereichen eine große Zukunftsaufgabe, insbesondere dann auch mit der Integration von ausländischen Zuzügen hier auch eine Aufgabe bedeutet. Ich glaube, das haben wir vielfältig schon verdeutlicht, aber es ist hier mit eine große Aufgabe, das auch weiterhin neu zu gestalten, neu zu beleben. Mir gilt auf alle Fälle hier Dank zu sagen an die Betriebe und ich weiß, was es bedeutet, auch diese Integrationsarbeit in den Betrieben dann zu leisten und zu schultern, neben den Aufgaben, die die Politik vorher auch mit zu tätigen und umzusetzen hat. Dass wir als Vertreter der Union immer die Stärkeren sind, wenn es um die Infrastruktur stark zu verbessern und nicht die sind, die die Demonstrationen anführen gegen den Ausbau von Infrastrukturen, das versteht sich von selbst, aber dass es neue Anforderungen auch mit bedeuten, hier nicht nur im Straßen, im Schienen und in sonstigen Bauten, sondern wie beim letzten Thema auch mit verdeutlicht worden ist, 4.0 und die Breitbandausbau und dies auch mit zu forcieren als Bundes, aber dass es auch eine kräftige Länderausfrage ist, ich bin stolz darauf, das heißt, wir verziehen jetzt in diesem Kreis, dass das in Bayern besonders gut funktioniert und damit natürlich hier auch Akzente gesetzt worden sind für den föderalen Wettbewerb. Also da sind die anderen Bundesländer mit aufgefordert, den auch mit aufzunehmen und mit einzutreten und das selbe gut dann natürlich auch in der Umsetzung der Energiewende und dies ist hier sicherlich die stärkste Herausforderung für uns, vor allen Dingen Versorgungssicherheit bei bezahlbaren Preisen auch und zwar im ganzen Land hier zu gewährleisten. Da haben wir vielleicht jetzt halt in dem Punkt ein bisschen Nachholbedarf, das auch mit zustande zu bringen. Ich bin überzeugt, verehrte Damen und Herren, dass wir mit diesen Zukunftsaufgaben auch verstärkt mit eintreten in diese Diskussion bei der Erbschaftssteuerregelungen und insgesamt der steuerlichen Belastung für uns und dasselbe gut dann natürlich aber mehr in die Ferne zu blicken und Deutschland ist das starke Exportland und darauf sind wir stolz. Hier leisten die Betriebe ob Industrie, ob Handel, Handwerk und Gewerbe enormes an Innovation und vor allen Dingen dann aber auch an Risikobereitschaft. Denn ferne Länder letztendlich mit Exportartikeln entsprechend von unseren aus zu bedienen, die Märkte zu bedienen, bedeuten auch großes unternehmerisches Risiko und deshalb sind wir angewiesen auf ein entsprechendes Freihandelsabkommen und da stehen wir dazu als Union, das ist überhaupt keine Frage, aber ich sage auch ganz bewusst, diese Demonstrationen des vergangenen Wochenende, da haben wir schon ganz andere Demonstrationen erlebt, da bin ich auf der einen Seite wieder beruhigt, aber es ist auch für uns wichtig, die Arbeitnehmerschaft von den Vorteilen eines Freihandelsabkommens zu überzeugen und zwar in einem Werteraum, der ganz global gesehen gemeinsame Werte bedeutet, nämlich freie Wirtschaft, freies Handeln und der sozialen Gesichtspunkten für die Menschen in unserem Land. Da haben wir eine großartige Aufgabe, ich bin überzeugt, das können wir gemeinsam schultern und vor allen Dingen dies auch in die Bürgerschaft und bei den Unternehmen hier dementsprechend auch mit hineinzutragen. Bei über 50% Exportanteil einer Volkswirtschaft ist es eminent und wichtig, dies hier in besonderer Weise auch mit in die Gesellschaft hineinzutragen. Wir als Union, das darf ich so pauschal sagen, sind dazu bereit und ich bitte, dass hier wir uns alle zusammen haken und unterhaken, dies dann auch gemeinsam hier in die Gesellschaft mit hineinzutragen. Werte Damen und Herren, in diesem Sinne bin ich sehr dankbar für die heutige Diskussion, auch natürlich als Unionsabgeordneter. Dies ist ein Auftakt, ein Auftakt, diese Themenfälle insgesamt hier auch mit zu bestreiten. Ich bin überzeugt, wir werden das hier in fairen Auseinandersetzungen auch in zum Teil vielleicht auch in einer streitigen Auseinandersetzung. Auf der einen Seite ist Regulierung vielleicht zu viel immer, aber gleichzeitig hat Volker Kauder richtigerweise darauf hingewiesen, manche Dinge funktionieren auch nicht, wenn es keine Regularien gibt und wenn wir beim letzten Thema waren bei 4.0, der Urheberschutz und die Urheberrechte und viele andere und Patente, die auch zu erhalten und dass das nicht sofort abgekupfert werden kann, das bedeutet auch, dass entsprechende Rechtsvereinbarungen und sonstiges hier auch mitgegeben sind. Ich glaube, das war alles sehr anregend heute und deshalb ist mir der Übergang letztendlich leicht gemacht, Sie jetzt aufzufordern und auch zu bitten beim anschließenden Wirtschaftsempfang mit unserer Bundeskanzlerin an der Spitze hier auch mit teilzunehmen. Ich danke allen Präsidenten, die sich heute der Diskussion gestellt haben, den Herrn Kramer, den Herrn Schweitzer, den Herrn Wollseifer. Der Herr Grillo ist noch nicht ganz entlassen, der hat noch mit eine Aufgabe beim Wirtschaftsempfang, hier dieses Grußwort auch mitzusprechen, um dann mit Volker Kauder und mit Gerda Hasselfeld, aber vor allen Dingen mit unserer Bundeskanzlerin anschließend zu diskutieren. Herzlichen Dank fürs Kommen und jetzt natürlich auf zum Wirtschaftsempfang.